Kandierte Kellerasselbeine, Blattlaus-Milchkäse in Zorgloopsaber, Ameisensalat, aber mit separatem Dressing, ein Krabblersteak mit einem Pinoufletten-Spiegelei und, oh, oh ja, Kudulkuttel-Tata und Kakerlaken-Eier in Gelee. All das nur für euch drei? Nein, für mich. Für mich nur ein Libellenei. Ah, ein kleines. Ein Tropfen Wasser, bitte. Danach muss ich meine Vorräte wieder auffüllen. Habt ihr keinen Hunger? Schmeckt echt lecker. Ich hab ein Ei. Danke. Hey, das wollte ich dir nicht schenken. Ach komm, hör auf zu jammern. Du hattest recht, Arthur. Sie vernimmt sich heute wirklich komisch. Stark. Das hat es dir. Kompliment, Prinzessin. Schmierlapp, spring uns Kakerlaken-Eier in Gelee. Oh, tut mir leid, aber ich hab keine mehr. Was? Aber du weißt, dass das mein Lieblingsessen ist. Die Prinzessin hat meine Vorräte gelehrt. Ich hab noch etwas genug, aber das war's. Zu dumm, dass für dich nichts mehr da ist. Oh, schau mal, das wird interessant. Du hast meine Kakerlaken-Eier gegessen. Ach ja, und wieso sollte mich das jucken? Ich weiß ja, dass du heute schlecht gelaunt bist, aber vielleicht solltest du Darkos nicht provozieren. Ich werde dich erst zerklatschen und dann werfe ich dich dem Gamul vor. Oh, Papis kleiner Darkos will mir Angst einjagen, was? Hey, hier sind Schlägereien verboten, das weißt du doch. Darkos, vergiss es und setz dich. Genau, versteck dich hinter Tarasch's Rockzipfel, du Puschelküken. Selinia, hör auf damit. Hier reicht's. Autsch! Autsch! Stürftig, wenn ich währenddessen esse, gegen dich zu kämpfen, ist so langweilig. Ich warte langsam. Der bezahlt mir den ganzen Schaden. Ab ins Körbchen, kleiner Schoß, Flo. Will ich mir das ein, oder ist Selinia viel stärker als uns? Kämpfen wir weiter. Oder willst du zu deinem Papi laufen? Ich glaube nicht, dass das gut ausgeht. Du hast recht. Der Schützer folgt dem Rufe des Schwerers. Na, ihr Smorgolf, zu langsam. Was? Seid ihr jetzt schon müde? Spedic, einwickeln. Und zwar Selinia. Was? Mich? Lass mich los, du haariger Klebefahrt. Verräter! Parasit! Und jetzt sollten wir lieber abhauen. Sobald ich hier rauskomme, mache ich dich zu Weberinnenpüree. Du wirst schon sehen. Auf ruhig, auf ruhig, auf ruhig! Untertitelung des ZDF, 2020